Was hier und in der Welt passiert, so muss Radio sein. Aktuell stets und auch fürs Herz, an den Menschen immer ganz nah dran, in Freude wie in Schmerz, so muss Radio sein. Aktuell und mit Herzlichkeit, wir sind gerne bei dir als dein Freund zu jeder Zeit. Du schaltest früh dein Radio an, du stellst sogleich den Heimatssender ein, hörst die wohlvertrauten Stimmen und du wirst nicht mehr allein. Mit guten Morgen in den Tag, und ihre sieben schließt die Herzen auf. Radio Niedersachsen klingt vom Haus bis an die See hinaus. So muss Radio sein, aktuell stets und auch fürs Herz, an den Menschen immer ganz nah dran, in Freude wie in Schmerz. So muss Radio sein, aktuell und mit Herzlichkeit. Wir sind gerne bei dir als dein Freund zu jeder Zeit. Und schick das Wunschkonzert täglich abviel, musikalische Grüße zu dir. Mach die Enten ja tot, Spannung und Aufregung groß. Und miteinander hilft dann, bei der Suche nach Frau oder Mann. Manch einer zog hierbei schon das große Los. Drum schalte früh dein Radio an und stell sogleich den Heimatssender ein. Hör die wohlvertrauten Stimmen und du bist nicht mehr allein. Hör die wohlvertrauten Stimmen und du bist nicht mehr allein.